Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 hat sich gestern erholt, die Käufer konnten sich da aber nicht durchsetzen, da ein wichtiger Widerstand respektiert wurde und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Den Risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab, der Handelbeziehert dies, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir direkt rüber zu den Charts und der S&P 500 erholt sich in dieser Woche, zumindest gab es den Versuch und wir erinnern uns, es geht schon seit drei Wochen nach Süden und daher ist natürlich eine Gegenreaktion durchaus angebracht. Im Target Chart sehen wir die gestrige Reaktion, die Erholung hat aber nicht überzeugt, da der Index kurz vor dem Hoch bei 4.034 Punkten gedreht hat. Ein Bruch nach oben würde mehr Aufwärtspotenzial freisetzen und vielleicht auch einen neuen Aufwärtstrend einleiten. Ansonsten könnte die Talfahrt fortgesetzt werden und die Tiefs bei 3.901 und 3.819 Punkten könnten dann mögliche Ziele auf der Unterseite sein. Der Index, der DAX ist in eine wichtige Zone eingetaucht, wir schauen uns das mal im Tageschart an und zwar gab es einen Ausverkauf und dann die Gegenbewegung, dadurch ist ein Ungleichgewicht entstanden und daher haben wir hier eine wichtige Zone. Die Frage ist jetzt, Ausverkauf oder Durchbruch? Bisher wird die Zone respektiert und es kommt auch wieder mehr Druck rein. Ein Bruch nach oben könnte eine neue Rallye auslösen, während Schwäche-Signale, wie wir sie gerade sehen, ein Argument sein könnten, den Index dann in Richtung 15.000 oder auch in Richtung 14.000 Punkte zu drücken. Gehen wir rüber zum Euro-Dollar. Das Paar notiert zwischen dem Tief bei 1.0482. Und dem 78,6% Retracement der vorherigen Aufwärtsbewegung. Der Aufwärtstrend ist also noch intakt, aber die Korrektur ist stark. Bullish wird es allerdings erst oberhalb von 1.0704. Das sehen wir hier im Tageschart. Und derzeit scheinen die Käufer bereits an einer Rückkehr über die 1.06er Marke zu scheitern. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.